Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Papi Playtime! Und morgen ist es soweit, Donnerstag kommt der zweite Brandmann und ich bin übelst aufgeregt. Ich mein's ehrlich Leute, ich bin so nervös mittlerweile, ich hab einfach Angst vor diesem Livestream und das, was da passiert. Ich mach das Game halt schon seit Ewigkeiten, ich hab tausende von Videos gefühlt schon gemacht, das Game rauf und runter gegrindet und jetzt ist es soweit. So ein bisschen als würde ein fetter Hype eventuell auf mich zukommen. Und Leute, ihr habt es vielleicht schon gesehen, ich bin kurz vor meinen 200.000 und hoffe irgendwie inständig, dass wir so ein geiles Timing haben, dass wir es zu diesem Livestream schaffen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr unten einmal kostenlos rein abonniert und wir vielleicht sogar schon mit 196.000 oder 197.000 Abonnenten in den Stream rein starten. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Schaut das Video ansonsten bis zum Ende. Viel Spaß mit der Folge, es geht heute um Ghost Huggy Wuggy. Seid gespannt. Kurs geht raus, wir sehen uns drin. Moin erstmal, was geht? Alles ist beim Alten und ja, wir werden uns heute hier die Fabrik mal wieder so ein wenig genauer reinziehen, bis es dann demnächst natürlich auch in eine andere Fabrik reingeht. Und ich aktiviere mal hier den Knopf. Ich weiß halt nicht, was mit Ghost Huggy so passieren wird, beziehungsweise was da halt abgeht. Aber wir lassen das Video jetzt erstmal durchlaufen, damit wir an diesen Handschuh rankommen. Und wir werden uns die Fabrik jetzt hier einfach nochmal genauer anschauen. Hier steht ja so ein Exit-Shield, ne? Ich habe ja heute eigentlich nicht so Bock, wieder da reinzugehen, weil ich nicht weiß, dass er auf mich wartet. Also... Ja, guck mal. Ich komme da doch auch gar nicht raus. Was ist das für ein Exit-Shield? Mach das weg! So, alles klar. Haben wir mal kurze Zaubertricks angewendet und das Schild einfach mal entfernt. Sieht auch viel besser aus jetzt, weil man kann da eh nicht raus. Und dieser verdammte Zug hier, der geht mir eh schon richtig hart auf den Piss, ne? Ist leider so. Wir werden uns jetzt erstmal den Handschuh besorgen. Da drüben ist auch noch alles cool. Ich bin sehr gespannt, wie Ghost Huggy Wuggy ausschaut und vor allem, was der auch heute so kann, ne? Oh je. Danke dir. Benutzt das Grabpack bitte verantwortungsbewusst. Na klar. So, dann wollen wir doch mal... Okay. Warum habe ich jetzt kein Grabpack? Okay. Ich habe... Keine Hand. Aber anscheinend Grabpack? Ah ja. Okay. Dann gucken wir doch einfach mal, was hier hinter ist. Können wir da irgendwas hören? Wir gehen mal ein Stückchen zurück und vielleicht müssen wir hier so an die Tür gehen. Mal gucken. Na, atmet doch, was? Ich mach das Ding auf. Was geht hier ab? Mal gucken, was da jetzt läuft. Wow! Alter, was ist das denn? Hä? Habt ihr das gesehen? Bruder, ist der gerade abgehauen? Oder was war da gerade los? Das war doch ein Geist, oder nicht? Ghost Huggy Wuggy? Oh, nö, Mann. Ich habe heute eigentlich gar keinen Bock. Gib mir den verdammten Schlüssel da oben. Ist hier denn irgendwas? Ne, wir können hier so durchgehen, ja? Ja, tatsächlich. Wir können hier einfach so durchgehen. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Nun gut. Ich denke, es wird heute alles ganz entspannt sein. Hey, ich weiß auch nicht. Naja, aber heute ist doch schon wieder absolut komisch. Jo, was geht ab? Was war das gerade, Mann? Hallo? Okay, ich werde hier nicht in irgendeiner Art blockiert. Das ist ja wirklich super interessant. Und vor allem macht er auch keine Geräusche oder so. Es gibt nur so was ganz Dunkles. Es hört sich irgendwie sehr dunkel an oder so. Irgendwas ist da, aber... Boah, Mann, ich... Boah, Mann, muss ich das hier heute machen? Das kann doch nicht sein. Ist da was? Da hinten ist eine Hand, aber die sieht so durchsichtig aus. Ich gehe ganz schnell hin. Hallo, wer ist da? Habt ihr den Arm gesehen? Habt ihr den Arm gesehen? Die Hand. Die war nicht mal gelb. Das Ding ist komplett durchsichtig. Alter Schwede. Niemand Ghost-Tag ist doch hier irgendwo. Oh. Okay. Boah, Alter, ich weiß nicht. Dieser Gang macht mir jetzt schon Angst. Aber so an sich ist ja auch eigentlich immer alles cool, ne? Du bleib mal... Digga, was ist das denn? Er war gerade da. Er war gerade da und war wieder weg. Ey, was ist das hier heute, Leute? Bitte. Ich gehe einfach nach oben. Und ist mir egal. Ich weiß auch nicht, aber... Mann, ey, muss das denn immer sein? Das Game macht mir so oder so schon genug Angst. Und ich glaube halt auch, dass das zweite Chapter richtig schlimm wird, Leute. Aber ja, wir müssen ja uns irgendwie auch ein bisschen durchkämpfen. Keine Schwäche zeigen, sage ich mir immer, ne? Wobei ich aber gerne schon mal Schwäche zeigen würde bei diesem Game. Nun, bisher ist ja alles gut. Ich sammle die Steine hier mal ein und mache mal das Ding hier auf. Und ansonsten ist alles cool, aber... Habt ihr das gesehen? Er ist nicht mehr da. Alter, er ist näher gekommen, ne? Krasser Mist. Boah, ich gehe einfach nach oben, Alter. Und lauf, Digga. Ich lauf. Okay, die Tür da vorne ist schon anscheinend irgendwie zu. Ich werde diese Dinger hier aktivieren. Und ich bin mal gespannt, ob wir jetzt irgendwie so eine rote Hand bekommen. Beziehungsweise, ob die Hände jetzt alle so broke sind. Mal schauen. Gib mir die rote Hand jetzt mal rüber. Hier, mein Bester. Mal ist runter in den Ahl. Komm. Digga, seht ihr das? Ich kann euch nicht sagen, was das ist. Aber ich habe heute einfach keine Hände. Okay. Aber kein Problem. Ich mache das hier schon alles. Alles auf chillig. Ich werde jetzt hier runter gehen. Und wir aktivieren den Strom. Wir gucken mal, dass ich so lange skippe, bis wir irgendwas Verdächtiges wiedersehen. Wir gehen rein in die entspannte Tour in die Fabrik. Bisher war es ja auch noch nicht so ganz mega gefährlich. Aber ja, was soll ich sagen? Ja, gut. Was ist das da hinten? Digga, was ist das da hinten? Oh Gott, was ist das da hinten? Nein! Nein! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh Gott! Alter Schwede, war das knapp! Oh Leute, Mann. Ich dachte, ich muss drauf gehen. Ey, crazy! Was ist das bloß mit diesem Geist, ne? Ich frage mich ja schon, was das hier soll. Boah. Mir werde nicht schlecht, Alter. Oh nö. Das, weißt du, wir haben hier gerade halb zwölf. Morgens. Halb zwölf morgen. Und ich muss das Game jetzt hocken und ich habe keinen Bock mehr, Mann. Oh, ich habe echt ein bisschen Schiss, Alter. Also so an sich sind die Folgen ja mittlerweile echt ein bisschen entspannter geworden. Aber das hier heute ist ja schon wieder echt sehr komisch, Mann. Ich breche mir erst mal darauf die Beine. Aua, das hat mich. Oh nee. Ich muss irgendwann, glaube ich, eine komplette Metallprothese kriegen, so schlimm ist das. Okay. Die Hände sind manchmal da, aber manchmal auch nicht. Das ist schon sehr, sehr komisch hier. Aber ja. Nun gut. Dann haben wir das verdammte Tier hier auch schon mal am Start. Can't be. Ich schmeiß dich mal rein da in den Lachs. Und wir gucken jetzt einfach mal, was passiert, wenn wir hier die Tür öffnen. Mach mal hinne. Hallo? Hallo! Hallo? Was? Digga, was? Wo? Wer wird... Ich mache hier heute gar nichts, Kollege. Nix. Ich mache hier gar nichts. Du gehst sterben oder so. Ich gehe jetzt einfach in den Wend, Leute. Let's go. Rein da. Okay. Runter. Und... Nein, was kommt da hinten jetzt? Was kommt da hinten? Jetzt sag nicht, da ist jetzt Ghost. Ghost angekommen. Oh mein Gott. Guckt euch mal, wie der aussieht. Digga, das ist ja anders krass. Alter Schwede. Oh mein Gott. Der sieht so heftig aus, Mann. Digga, was? Wer bist du? Wer bist du, Alter? Wer bist du, Mann? Lauf, Junge. Lauf, 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 lauf. No. Verdammten Way. Das sieht so heftig aus, Freunde. So krass. Alter Schwede. Guck dir die Augen an und den Mund. Ey, zu wild. Okay, es wird Zeit, dass wir irgendwie mal den... Es polieren. Komm her, du verdammter Lop. Komm schon, Mann. Ich hab keine Angst vor dir. Okay, Mann, Witz. Vielleicht hab ich noch ein bisschen Angst. Vielleicht hab ich noch ein bisschen Angst. Bisschen. Oh, lauf, Junge, lauf. Umdrehen. Die Kiste. Ich komm hier nicht mehr weg. Ich komm hier nicht mehr weg. Ey, was? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Bitte, Mann, die Kiste runter. Komm schon. Nein. Ja, Leute. Das war's mit einer ganz wilden Folge von Ghost Hagiwagi. Gott, Hagiwagi. Ich hab keine Ahnung. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, wie krass die Folge war. Und morgen geht's los. mit Kapitel 2. Lasst ein Like da. Abonniert diesen Kanal. Und aktiviert die Glocke, damit ihr morgen nichts verpasst. Und Leute, ich freue mich mega. 200.000 Abonnenten. Wir kommen. Digges Küsschen geht raus. Dano out. Das war's. Osvo. Let's go. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.